herzlich willkommen auf den gas der gaming und heute spielen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde ja was auch weisen 5 ich habe gerade wieder voll in duane aufkam moment hier natürlich wieder auf der xbox ja ihr wisst es da ich irgendwie das spiel nicht richtig auf der offen die spieger so wir können hier anscheinend irgendwie was auswählen warum ist das so grau drücken sie um dieser schein von wurden 1954 nam chevrolet am ersten internationalen rennen teil der carrera panamericana mit einem neuen sportwagen aber bei dem ging die ploel stange durch den motorblock er waren der ersten etappe hinüber sie sind inzwischen viel besser am rennen fahren die hier gehört jetzt dir okay hey geil 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 jetzt kann man hier sehen was ich alles so habe nicht entdeckt nicht denke ja die habe ich entdeckt aber das dauert irgendwie noch bis die kommen okay let's go upgrade tuning da gucken wir mal was wir heute machen vielleicht fahren wir heute noch ein paar rennen mal kicken was da so alles da ist so perfekt wir fahren natürlich wieder mit unserem bugatti so bugatti zu haben ist auch geil ne also eigentlich ist dieses spiel ja 4k ich weiß nicht ob das hier auch 4k ist die denkt man nicht so hatte chat warum sage ich immer chat das ist aber kein chat hier ich muss mal kurz das hier wieder raus so jetzt müsste es gehen ja ja so jetzt hört ihr auch spiel sound aber das ist ein bisschen zu laut ich mach nicht mal was wir machen bisschen leise okay so jetzt gucken wir mal was wir hier auf der weltkarte so alles machen können wir haben ja in der letzten folge das heißt in der ersten folge die ganzen scheune hier gesucht haben wir hier noch welche dann machen wir das nämlich nochmal eben zur önde ich glaube aber nicht ne gut dann können wir hier mal überall hingehen wo hier neu steht ich würde mal sagen wir machen dann hier einmal das rennen so fahren wir hier jetzt ja ja ich weiß ja wo ich ja so 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 fahren wir dann einmal nach dort wo 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 ist wegen stein gefahren so in 200 metern scharf links abbiegen also mein traumauto ist ein lamborgon scharf links abbiegen habe ich auch so auf 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 an meiner wand so ein lambo links rum denn also wenn ich dieses geld hätte dann würde ich mir definitiv ein lambo holen ja das ist auf jeden fall das ich das machen wir ja wo so ich weiß gar nicht ist das das schnellste auto das schnellste auto ich denke ich glaube nicht okay da musste ich kurz weg so fahren wir weiter da da ich da dieser Zaun sind das überhaupt die echten Zaun Dinger ich glaube schon so so wow bin ich ja hier auf der autobahn let's go mit 300 sachen die durchblenden auf der autobahn ist auch nicht unbewillig oder trinken was man machen würde wenn dann mal eine ausschert dann bist du weg vom körper so wie ich jetzt hier gerade wow baum wenigstens jetzt wäre ich tot denn müheleit ne aber man sollte immer auf der straße anfassen das ist immer gut so fahren wir jetzt hier nochmal die 5 km weiter wow wow aber diese bäume die liebe ich ne so LKW machen wir auf Platz da so nur geramme hier so hier ist meine Strecke Strecke meine Güte ich kann die mir nicht so so Perfekt ja das ist super so in 400 Metern scharf rechts abbiegen so scharf rechts abbiegen ich weiß gar nicht ist das so so hier auf so Land zu fahren meine Güte so du hast du hast dein Ziel erreicht Veranstaltung beiträgen ja ich habe keine Ahnung was man da macht aber mal gucken Team finden zur normalen Veranstaltung wechseln ja König ich Lagenjagd König n 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 Ich habe keine Veranstaltung gefunden. Aha, aha, aha. Fugatti natürlich, ja. Offen. Ja, veröffentlichen. Als ein Horizon-Veranstaltungsautor. Das ist der Anfang von etwas Großem. Ich kann es fühlen. Okay. Ah, also darum habe ich dich nicht auf der Straße gesehen. Hast an deiner ersten Veranstaltung gearbeitet. Nicht so leicht, wie es aussieht, wie? Du bist jetzt in einer Kolonne. Dein Kolonnenanführer richtet euch Events ein. Autoguist ist für Fahrer deiner Kolonne deaktiviert. Ihr könnt euch also rammen, wenn ihr wollt. Aha, okay. Jetzt habe ich irgendwie was hier gemacht. Keine Ahnung. So, ich. Dann gucken wir doch mal, dass wir hier irgendwie ein Straßenrennen finden. Das wollte ich mich eigentlich tun. Rüftzone. Hier. Das ist doch ein Straßenrennen. Da kamen wir jetzt wieder da hin. Da. Da kamen wir auch die ganze Zeit hin und her. Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich da bin. So, da bin ich wieder. Du hast dein Ziel erreicht. Ach nee, als ob ich jetzt nicht... Das ist noch eine Kolonne bei Gretchen. Ja, 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 ja. Aber was wir machen können ist... Wo gibt es denn hier die Autos, die man... eine Nachrichtenzentrale? Aha, ganz viele Nachrichten wieder von... Club für Gesamtein habe ich. Hä? Automeisterung. Fünfbare Punkte zwei. Mhm, okay. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und jetzt können wir auch... ein Rennen fahren. Ich habe es jetzt proben und... in dem natürlich unser aktuelles Auto. Und fahren wir mal das Rennen noch. Wir müssen auch gewinnen. Ja. Hallo, ja, hier ist der Kolbe. Beziehungsweise ist es dann. Oder Stando, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Eigentlich heißt es Stando, aber viele sagen immer Stando, also Sch... Sagen die, aber egal. Also wenn ihr meinen Namen richtig sagen wollt, sagt einfach Stando. Das ist so richtig. Ja, ist gut jetzt. Warum habe ich eigentlich Weihnachtssachen an? Ja, okay, in drei Monaten ist es jetzt auch schon. Äh, in zwei Monaten ist es jetzt auch schon Weihnachten. Nein, so in zwei Monaten Weihnachten. Was? What? Wir haben einfach 2024, war ich. Ja, Moinsen, Werner. So, können du jetzt bitte starten hier? Ja. Starten. So. Wie viele Runden gibt es? Keine Ahnung. Da, fass ich doch mal. So. So, aua, aua. Weiße, den habe ich noch. Ja, ich spule ja schon zurück. Nee, weiter zurückspulen. Sheet Code. So. Okay, jetzt kommt es nicht hier. So. Okay, wir sind auf dem dritten Platz. Das ist so gut. Scheiße, der überholt. Dann überhole ich hier eine Kurve. Ja, ja, okay. Scheiße, nicht ausbrechen. Gotti. Ah, das war schlecht. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Aua. Scheiße. 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 Nö, 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 nö. Das lasse ich nicht durchgehen. So. So, hier komme ich easy durch. Wann, warum bremse ich denn nicht? Das ist so beknackt, dieses Renier-Jungel, ja. So, jetzt. Geh doch mal weg. Geh. So. Nein. Ey, das ist doch voll beknackt, wenn man so fährt wie ich. So. 70 Fortschritte. Ich glaube, ich schaffe das nicht, wenn die einstehen. Wobei, ich bin jetzt ziemlich nah an denen. Oh, Mann. Bleibt doch nicht so lange da hängen. Ey, dieser Bugatti, der ist so schlecht. Der ist einfach nur schlecht. Aua. Jetzt, 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 jetzt. Ich habe die Beschleunigung. Ich habe sie. Ja. Ja. Bam. Erster. Ich bin erster. Ja, Mann. Oh, ich habe Caps locker. Wie jetzt. Auf, vor Ausdringung. Jo, Junge. Das war ganz knapp. Eine Sekunde. Ja. Gib mir die Kohle. Gib mir die Money. Warte, warte, kriegt man Geld. Irgendwas kriegt man immer. Gewinner. 1050 war freiwillig. Schauberes Rennen. Ja. Ja. ah ja genau ich habe ein auto gewonnen oh le nice 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 so wenn das dann hier auch mal lädt ist es perfekt aber leute ich würde sagen auch das war's mit dem video wenn es euch gewonnen hat dann das gerne leiden ab und kommentare wir sind erster platz geworden das ist ziemlich gut ja keine ahnung warum das jetzt hier nicht lädt ich habe keine ahnung schaut in meine discord er schaut in meinem video beschreibung vorbei dort sind ein paar links verlinkt klickt einfach mal drauf und ja genau traumhafen tag haut rein leute euer sandu ciao ciao und 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 und